Es gibt Neuigkeiten zum Riesenstern Betai-Golze. Sehen wir jetzt bald die Supernova? Und welche Auswirkungen hätte eine solche Supernova auf die Erde? Auch da gibt es spannende neue Erkenntnisse, das wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Also bleibt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den Algorithmus dazu, dieses wichtige Thema noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank Leute und herzlich willkommen! Der Riesenstern Betai-Golze hält uns ja jetzt schon lange in Atem. Dieser rote Überriese im Sternbild Orion ist wirklich ein außergewöhnlicher Stern, der in den letzten Jahren ungewöhnliche Veränderungen in seiner Helligkeit gezeigt hat, die die Frage aufwerfen, ob er möglicherweise kurz davor steht, als Supernova zu explodieren bzw. ob das für uns bald sichtbar wird. Denn wie ihr sicherlich wisst, sehen wir im Weltraum nichts live, sondern immer so, wie die Dinge aussahen, als ihr Licht sich zu uns auf den Weg gemacht hat. Einige der Sterne am Nachthimmel sind also vielleicht schon gar nicht mehr da. Wir sind umringt von Sternengeistern. Ich sehe trote Menschen. Der jüngste stellare Krimi rund um Betai-Golze begann im Winter 2019, als er plötzlich dunkler wurde. Astronomen und auch Laien beobachtet mit Erstaunen, wie die Helligkeit rapide abnahm. Das führte dann zu aufgeregten Spekulationen, ob das ein erstes Anzeichen für eine Supernova sein könnte, also eine gewaltige Explosion eines massereichen Sterns, die am Himmel als extrem helle Erscheinung zu sehen wäre. Betai-Golzes Helligkeit normalisierte sich dann wieder und vor kurzem ist sie dann sogar massiv angestiegen und erreichte 140% ihrer normalen Stärke. Die Spekulationen sind also wieder am Hochkochen und ich hatte vor einigen Wochen die grundlegenden Fakten in einem anderen Video besprochen. Wenn ihr heute zum ersten Mal von Betai-Golze hört, dann empfehle ich euch, dieses Video hier mal anzuklicken. Heute schauen wir uns an, wie eine solche Supernova von der Erde aus aussehen würde und wie gefährlich das sein könnte. Vorher zeige ich euch ganz kurz, wie ihr die Supernova eure persönlichen Daten verhindern könnt. Was ist das Schlimmste, dass Han Solo an Bord des Millennium Falkens passieren kann, nachdem er den Castle Run geflogen ist? Richtig, ein Daten-Lag. Und euch ist das auch schon passiert? Richtig gehört? Garantiert erhaltet ihr regelmäßig Spam-Mails oder sogar Werbeanrufe, in denen jemand ganz genau eure Daten kennt. Zwar nicht von Jabba the Hutt, aber von anderen unseriösen Gestalten. Mir ging es jedenfalls so. Das ist ein echtes Problem und die Lösung heißt Incogni. Datenmakler sammeln viele eurer persönlichen Infos und nutzen sie für Spam. Incogni kümmert sich für euch darum und macht eure Raumschiff-Kommunikation wieder sicher. Denn Incogni schreibt in eurem Namen eine Vielzahl von Datenmaklern an und fordert sie unter Berufung auf europäisches Datenschutzrecht dazu auf, eure Daten zu löschen. Im Dashboard seht ihr dann, wie viele Anfragen rausgingen und wie viele Datenmakler vorher über eure Daten verfügt haben. Ich hab das gemacht und war wirklich schockiert, wie weit meine Daten über das Internet verstreut waren. Hier wurden meine Daten zum Beispiel von einem Dienstleister entfernt, der für diese oft so erschreckend gut passenden Ads verantwortlich ist. Das kommt euch sicherlich bekannt vor, oder? Wenn ihr auch die Kontrolle über eure Daten zurückgewinnen wollt, dann meldet euch über meinen Link incogni.com.astro-tim bei Incogni an. Ihr erhaltet dann einen unglaublichen Rabatt von 60%. Ihr könnt jederzeit kündigen und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist es absolut risikofrei. Data Broker fügen eure Daten nach einiger Zeit auch wieder hinzu. Es ergibt also absolut Sinn, dauerhaft bei Incogni angemeldet zu bleiben. Macht das unbedingt mal, es ist wirklich super wichtig zu verhindern, dass eure persönlichen Daten missbraucht werden. Denn eure Daten in den falschen Händen können großen Schaden anrichten und ihr werdet überrascht sein, in wie vielen falschen Händen sie gerade schon sind. Und in meinem Rabatt-Link ist es die perfekte Möglichkeit, dieses wichtige Thema anzugehen. Nun zurück zu Beta-Geuze. In dieser Simulation hier seht ihr, wie es von der Erde aus gesehen erscheinen würde, wenn das Licht der Supernova uns erreicht. Forscher haben berechnet, dass sie so hell wie der Vollmond scheinen wird und mehrere Wochen deutlich zu sehen sein würde. Bei einer solchen Supernova würden gigantische Energien freigesetzt und heftige UV-Röntgen und Gammastrahlen in den Weltraum geschleudert werden. Und da kann man sich ja schon mal nervös fragen, wäre das eine Gefahr für uns? Und da gibt es jetzt eine super neue spannende Studie, die genau das untersucht hat. Die bisherige Forschung konzentrierte sich hauptsächlich auf die kurzfristigen Auswirkungen von ionisierenden Photonen und hochenergetischen kosmischen Strahlen, die nach einer Supernova-Explosion auf Planeten eintreffen. Doch die neue Studie richtet den Blick auf etwas anderes, die anhaltenden Röntgenemissionen, die bei bestimmten Supernovae auftreten, wenn sie mit einem dichten, umgebenden Medium interagieren und Monate oder sogar Jahre nach der Explosion beobachtet werden können. Die Forscher haben 31 Supernovae untersucht, indem sie die Daten von Röntgenteleskopen wie Chandra analysiert haben. Und das Ergebnis ist leicht beunruhigend. Sie haben festgestellt, dass Supernovae, die intensiv Röntgenstrahlung emittieren, eine erhebliche Bedrohung für erdähnliche Planeten darstellen können. Diese Röntgenstrahlung kann Ozon in der Atmosphäre zerstören, was schlecht ist, weil dieses Ozon das Leben auf einem Planeten vor gefährlicher ultravioletter Strahlung schützt. Ich habe eine solche Röntgensupernova mal hier mit einem KI-Tool animieren lassen. Also ich würde sagen, neue Existenzangst freigeschaltet, ein aus dem Weltraum in die Atmosphäre gerissenes Ozonloch durch energiereiche Supernova-Strahlung. Würde irgendwie nach den ganzen Ereignissen der letzten Jahre auch noch gut ins Bild passen. Und die Forscher beschreiben das ziemlich drastisch in der neuen Studie. Eine langfristige Exposition eines erdähnlichen Planeten mit dieser hochenergetischen Strahlung könnte zu einem Massenaussterben von Organismen führen, insbesondere von Meeresorganismen, die am Anfang der Nahrungskette stehen. Die Auswirkungen könnten so gravierend sein, dass sie die grundlegende Struktur von Ökosystemen verändern. Wer weiß, wie viele Alien-Welten in ihrer Evolution durch einen explodierenden Stern ausgestoppt wurden. Besonders besorgniserregend sind Supernovae, die Anzeichen einer starken Wechselwirkung mit ihrer Umgebung, also zum Beispiel kosmischen Gasnebeln zeigen. Diese Supernovae haben nämlich eine viel größere Reichweite als bisher angenommen und können potenziell bis zu 160 Lichtjahre entfernte Planeten gefährden. Und mit dieser Erkenntnis können wir jetzt wieder den Bogen zu Beta-Gold zu schlagen. Wie weit ist der weg? Und könnte er anhand der Ergebnisse dieser Studie die Erdatmosphäre vernichten? Hier wird's ein bisschen gemein, denn tatsächlich weiß niemand, wie weit Beta-Gold sie genau weg ist. Die Schätzungen reichen von rund 700 Lichtjahren bis zu knapp 400 Lichtjahren. Also schon eine erhebliche Unsicherheit in der Berechnung. Aber so oder so wäre er zu weit weg, um uns zu gefährden. Wenn diese Berechnungen stimmen. Ich hoffe, die Astronomen haben dann nicht so viel Spielraum im Ergebnis, wie ich damals in meinen Mathe-Klausuren in der Schule. Mathematik hat mir echt den Abischnitt verhagelt. Also vorerst keine Apokalypse durch Beta-Goldse, aber interessanterweise wirft die Studie auch die Frage auf, ob Supernovae in der Vergangenheit das Leben auf der Erde beeinflusst haben könnten. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass in der geologischen Geschichte der Erde Supernovae in der Nähe stattgefunden haben könnten. Unser Sonnensystem befindet sich nämlich in der lokalen Blase, einem Bereich der Milchstraße, der das Ergebnis zahlreicher nahe Supernovae ist. Da wir mitten in diesem Gebiet leben, das in der Vergangenheit durch Sternenexplosionen zusammengequetscht wurde, legt das also irgendwie nahe, dass eine oder mehrere Supernovae in der Vergangenheit das Leben auf der Erde beeinflusst haben könnten. Anders gesagt, ohne explodierende Sterne wären wir jetzt alle gar nicht hier und ich könnte nicht diesen schönen YouTube-Kanal betreiben. Da wird's doch eigentlich Zeit für ein Dankeschön. Schreibt doch alle mal in die Kommentare, danke Supernova. Damit zeigen wir uns dem Kosmos sicherlich in gebührendem Ausmaße erkenntlich. Und apropos Dankeschön, ich bedanke mich bei euch allen dafür, dass ihr so fleißig den Kanal abonniert habt. Die 200.000 Abonnenten sind jetzt wirklich in greifbarer Nähe. Falls jemand von euch zuschaut und noch nicht abonniert hat, dann würde ich mich galaktisch freuen, wenn ihr das jetzt nachholt. Das ist absolut kostenlos, hilft mir immens und ihr verpasst keine galaktischen Videos mehr. Also alle mal fleißig auf den Abo-Knopf drücken. Kommen wir jetzt mal zu einer anderen, wirklich spektakulären Entdeckung der letzten Tage. Das James-Webb-Teliskop hat im Orion-Nebel, also eine Geburtsstätte von Sternen, 40 Paare von Jupiter-großen Objekten entdeckt, die frei durchs All schweben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich musste da direkt an Alien-Generationenschiffe oder so denken. Weitere unglaubliche Darstellung dieser Objekte und eine Erklärung, worum es sich handeln könnte, gibt's im angezeigten Video. Schaut's euch unbedingt mal an, wirklich sehr, sehr spannend geworden. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen und die Kontrolle über eure Daten zurückerlangen wollt und keinen Spam mehr kriegen möchtet, dann vergesst nicht, auf den Link des Sponsors Incogni zu klicken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!